So, geh dahin, wo du mich nicht störst! Ne, warst du das nicht? Ich lasse die zweite Patrouille... Oder hier steht irgendwo eine Klonmaschine! Wie, was ist dieser Geruch? Willst du damit sagen, Garry stinkt? Ja, nach Deep! Ja, das wär immer was! Geruchs... KI! Für die KI! Wenn Garry mal in Kanalisationen rumgelaufen ist! Dann muss er erstmal ein stundenlanges Bad nehmen! War das das hier nicht? Was muss doch das sein? Oder... Ist das doch eine 1? Ach, hab keine Ahnung! Boah! Da sieht man alles so gut! 0624... 0624... 0624... Hatte ich hier nicht auch irgendwas mit 0624? Oder... 0266... 0624... Was ist denn 0266? 0624... 0624... 0624... 0624... 0624... 0624... 0625... 0625... 0825... 0625... Ressentrest! 0625! 0825! 0625! Mmh, 0825! 0457 04467 was? Ah, mach ich das halt in der Mitte. Dann halt! 0467 und dann diese... Wurde ich das so geschrieben? 0457 0457 0457 0457 5! Nicht 6! Awww Kann ich? Awww Wow! Kann man die echt nicht mehr löschen? Ich mach's nochmal. 0457 Und nicht das andere. Das. Okay, so wunderbar der Notizdettel ist... Oh. Ja, ist doch egal. Am besten schreib ich mir alles davon auf. Ja, Jack muss ich alles aufschreiben. Ich mach's nochmal raus. Okay, ich hätte auch hier alternativ reinkommen können. 0457 0457 0457 0457 0457 0457 0457 Ich hab grad jemanden pfeifen gehört. Das heißt, hier läuft noch jemand rum? 0457 0457 0457 0457 0457 0457 0457 0457 0458 0458 0458 046 048 04949 0642 Ist das Lady... Blah, blah. Uhuhu, Garib möchte doch bestimmt irgendwelche Potions testen. Ah, hier ist auch so ein... Was zum Eingeben. Die Frage ist, wie komme ich da rein? Habe ich einen Schlüssel irgendwann? Ja! Okay, dann muss ich nicht immer hochlaufen. Das ist gut. Das ist gut. Die Frage... Nein, da hin, Chicken, da hin. Eine Orientierung sind jetzt mal wieder erste Sahne. Hauptsache ich erschrecke mich erst mal wieder vor, dass Geralt plötzlich anfängt zu reden. Wie diese Orbs. Ein Wasserpfeil! Bohrer... Ventilator... Ventilator... Ach, was bist du denn? Was bist du denn? Die Füße dienen aber jetzt nur als Halterung, ne? Das ist noch nicht der ganze Roboter, richtig? Ja, und hinterher haben wir sowas wie... Das ist das große Ding beim Endkampf gegen Dagodur. ... ... ... ... ... ... ... ... Die richtigen Tasten musst du auch drücken können. Jetzt hast du es schon nebeneinander gelegt und gut, dass ich nicht aus Versehen die Blitzbombe geworfen habe. Das kann ich ja wenigstens immer rein. Mit euch kann ich nicht interagieren. High Voltage. Ja, schön für dich. Yay, das macht überhaupt keinen Lärm. Das könnte doch so aussehen, wenn ich irgendwas, einen geheimen Knopf oder so drücke, dass da was aufgeht und dahinter so ein Geheimnis ist. Geheimnis. Ein kleines Geheimnis. Ne, darauf habe ich nichts gesehen. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Was hat es hier mit auf sich? Was hat es hier mit auf sich? Ich kann damit nicht interagieren. Ernsthaft! Vorne war da ein Typ mit dem Hammeriden. 0, 6, 2, 4. 0, 6, 2, 4. Hallo! Ist jemand zu Hause? Nein! Dann ist ja gut! Ihr habt auch nicht zu Hause zu sein. Doch, eigentlich schon. Ihr solltet zu Hause sein und hier nicht auf der Arbeit. Hier ist ein Lift. War das dieser Lift, von dem gesagt wurde, dass er kaputt sei? Bist du sonst irgendwo irgendwas drauf? Ah, ich dachte, dass wir in die Kiste und wollte da hochklettern, um auf das Regal zu gucken. Aber ich sehe da nichts mehr. Jetzt auch so diese Flaschen da. Jabryl. 50 and that is my final offer. By the death of my ancestors. I nearly think I could journey into the forest and cut my own greenery. Pagan bandits be damned, rather than pay such prices. Ja, ein Besen! Kann Gerrit den auch mitnehmen? Alles mitnehmen, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Yay, Aufzug! Jesus? Ja, auch jetzt rein. Er so los. Jetzt wird es zurück. Sie sind es zu able, Wer zum Klage.